Der Ball kommt rein, mit Zug zum Tor. Der ist ganz schön weit. Wir versuchen zurückzulegen, aber den kann Rossmann da nicht verarbeiten. Es gibt einen Abschlag. Knote wird jetzt nochmal im Gesicht geputzt mit einem Schwamm. Während DerbisV den Ball verliert. Uh, uh, der ist drüber. Halleluja, was ein Schuss. Wie gesagt, Kickers heute in Dreierkette. Rossmann mit dem Rückpass. Aber, uh, den hat Richter noch. Richter aber gleich unter Druck. Jetzt Rossmann unter Druck, verfolgt von Butchakrit. Rossmann schlägt nochmal in Hagen. Uh, jetzt gibt es hier eine gute Situation für die Kickers. Das ist Markus, der kann draufschießen, aber drüber. Da sehen wir wieder unsere Freunde im Blau. Den Ball jetzt in die Mitte bringen können. Spielen aber kurz. Spielen es aus. Der Ball in die Mitte. Peters kommt nicht dran. Der läuft durch bis zu Torhüter David Richter. Kickers jetzt hier mit der Freistoßsituation. Saric. Der geht aber drüber, dieser Kopfballversuch. Guter Ball. Tim Weißmann gewinnt diesen Sprint. Absolut irre. Also bleibt da wirklich ein lange dran. Aber der holt den. Zweiten Ball geht an der FSV. Jawoll. Tja. Da kommt in die Mitte. Richter droppt den nur nach vorne weg, diesen Aufsetzer. Aber den hat er im Nachgreifen. Kickers nach Vorwärtsbewegung mit Saric. Rechts bietet sich Giesel an. Saric versucht den Direktschuss. Hany blockt den nach vorne weg. Markus mit der Schusssituation dran. Vorball. Kickers schon mit großen Vorteilen, wenn wir so Rossmann sehen und Zielińäcki. Das sind einfach schon Riesen. Auch Bocic. Schauen wir, wer den Ball hier bekommen soll. Umahani. Ja, das ist aber ein Foul. Das ist ein Foul. Ich glaub's nicht. Zielińäcki, das ist ein Foul. Zeigt ja nicht in die Mitte, sondern zeigt... Achso, achso. FSV jetzt hier vorne ein bisschen breit gemacht. Und die Zivci. Bitte Zitan bringt den Ball in die Mitte. Der läuft durch, aber an allen anderen auch vorbei. Es gibt aber Ecke, weil der FSV zuletzt... äh, weil die Kickers zuletzt dabei waren. Rossmann. Butakrit, gut angenommen. Sehr gut. Spiel schön breit gemacht. Das war heute mit ein bisschen Tempo. Zieh ab. Ach, schade. Ach, ach. Er hat auf dich gehört. Das hätte ich machen sollen. Misanovic. Oh, Albrecht. Jetzt könnt ihr das zugeben. Harni ist dran. Es gibt noch mal Pfosten. Und jetzt schlägt Reuter den Ball raus. Beste Situation ist ja für die Kickers. Da haben sie sich mal rein kombiniert. Aber Hermes gleich wieder Druck, ne? Das war hartes Einsteigen mit der Hand, aber schließlich da pfeift das nicht ab. Ich gebe Ball für die Kickers. Boah, zum Glück hat er ihn längst nicht gewinnt. Guter Pass. Schön in den Lauf. Peters. Es könnte was gehen. Der Vecchio kommt mit. Er bekommt den Ball. In der Mitte ist Butakrit. Butakrit kriegt den Ball aber nicht aufs Tor. Kickers klären. Das ist Misanovic. Markus. Reuter guckt nur hinterher. Frankenspern, Misanovic. Wieder Misanovic. Die Ball rein. Zu weit. Kommt wieder zurück. Jetzt der Fünf-Meter-Raum. Reuter. Asak. Und weg. Musst du Abschlag geben. Ja. Reuter mit einer athletisch wertvollen Tat hier. Ja. Jetzt mal. Das ist Butakrit in der Volksbewegung. Mit Farouk. Farouk. Macht den Seidenwechsel auf Weismann. Direkt. Schießt direkt. Oh, rechts da vorbei. Schau. Schau. Asak nimmt den ganz schlecht an, dass die Situation für die Kicker ist. Die bringen den nochmal rüber. Jetzt Hanin. Hanin Martin. Oder Hanin. Wildes Spiel mittlerweile hier am Hang. 10 Meter. Kein Gegenspieler. Und dann. Ja. Guter Ball hier von Asak auf Sanomia. Zu einem 1 gegen 1. Weg Richtung Grundlinie. Weismann kam mit. Weismann bekommt den Ball. Das ist Platz. Das ist alle Zeit. Kein Zugriff vom Gegner. Peters drüber. Hanin sagt weg mit euch. Ich schlag den weg. Und Richtung Falaye. Seinecki ist geschlagen. Falaye. Ist auf einmal allein durch. Falaye. Aber da ist Richter. Es gibt Ecke. Reuter wieder mit dem Kopf dazwischen. Rosina. Thor stört jetzt. Falaye rutscht weg. Aber Peters. Nein. Seinecki. Jetzt ist Peters drin. Peters. Drüber. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht wahr. Knote klärten raus. Feinischmann konnte nicht aufs Tor schießen. Falaye. Na jetzt vielleicht den zweiten. Er hat sie zumindest. Und schickt jetzt Peters. Peters ist jetzt fast in der Box. Peters ist jetzt eben in der Box. Sanomia. Sanomia. Richter. Nahschuss. Und das ist doch nicht drin. Was eine Situation für Marcos. Steht richtig. Guckt auf die Uhr. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen. Reitenbach. 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 Neffern ist drin. Nein. Tor für den UFC. Tor für den UFC. Vielen Dank.